Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Baldur's Gate 3. Wir waren in der letzten Folge beim Händler und haben unsere ganzen Sachen verkauft. Ich hatte auch schon ein bisschen weiter gespielt, allerdings hatte ich ein kleines Problem mit meiner Aufnahme. Dementsprechend muss ich jetzt ein Stück nochmal spielen, die Aufnahme war irgendwie kaputt. Ja, also und dann schauen wir uns mal hier weiter um im Hain. Und sprechen mal mit den Leuten. Hm, verschwindet lieber von hier. Die Goblins kommen wieder, nichts sagen, überzeugen. Der Einzelne kann den Unterschied machen. Eigentlich ist das nicht unser Business, oder? Wir sagen einfach nichts, oder wollen wir... Obwohl, der Hain ist natürlich eigentlich gut für uns. Hier kann man handeln, kriegt man vielleicht Aufträge. Also vielleicht wollen wir, dass der Hain überlebt und nicht abgeschottet wird. Das wäre eigentlich ganz gut für uns. So, wir versuchen den mal zu überzeugen. Dann haben wir auch mehr Leute, die an unserer Seite kämpfen. So, deine göttliche Führung nehme ich natürlich mit. Mh, okay. Danke, es ist das richtige, was zu tun und du es weißt. Sie ist richtig, Roland. Wir sind besser als das. Zürgen. Okay, ich bleibe auch. Lass Sie beide enden, mit Ihrem Throat geslitten durch Goblinblad. Danke, Roland. Okay. Wie lange, bis Roland seine Thunderwaffe aussehen wird? Das ist kein Fortress, und wir sind keine Krieger. Es handelt sich, wie viele Leute schuldig genug sind, um uns zu tun. Das nehmen wir mal mit. Das ist ein Rekrutierungsplakat. Das würde ich gerne mal sehen. Ein Mann und eine Frau stehen nebeneinander. Sie tragen Rüstungen, die eine von Flammen umgebende rote Faust ziert. Findet Stolz und Sinn in der flammenden Faust. Tretet noch heute bei und helft Baldurs Tor zu beschützen. Okay, ist das die Wache von, quasi sind das die Wachen von Baldurs Gate, angeführt von Großherzog Ulda Havengard. Selbst seid ihr damit betraut, die Straßen der Stadt zu bewachen, ihre Wohnen zu beschützen und unsere Gesetze aufrecht zu halten. Vielleicht einfach mit einer freundlichen Fäust in der Stadt. Okay, kann man, kann ich für die auch arbeiten? Wie sieht das aus? Okay, hier ist mein Rucksack. Dann gehen wir mit. Und was ist das denn hier? Warten wir uns einen Kloppsen. Ja, mit. So, nee. Das ist jetzt wieder zum Lied. Ah ja. Unsere Bücher-Sammlung. So. Doron. Ach, weil so ein paar Goblins fürchten wir uns nicht. Den werden wir doch locker fertig. So kleine Kinder hier, die am Turnieren sind. Ach, schau. The Blade of Frontiers. What a thrill for the children. Hm, hm. They're tough kids. Smart, too. The futures and good hands. So, man. Go on. Give me a best shot. Ah! 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 Not bad. Again. I can't do it. I'm not like you. Umi. I don't need you to be like me. You just have to buy enough time to run. Come on. I believe in you. You can do this. Well met. The Blade of Frontiers at your... The man's smile bends downward. And his thoughts become yours. You are the Blade of Frontiers racing through the waste of Avernus. Just ahead. A diabolical figure. Red skin. Single curled horn. Blazes with flame. Bloodied great axe hell. Hell's great fires. You are on the ship. Woja, das waren wir. Versuchen wir tiefer in seine Gedanken zu kommen? Wir fragen einfach erst mal nach. Wer war diese Frau in eure Gedanken? You saw her then? Advocatus Diaboli. Her name is Karlak. An archdevil soldier I swore on my good eye to kill. I tracked her through the hells to the Mind Flayer ship. But the damned Illithids infected me before I could end her. She's out there now. Preying on the innocent. I don't kill her. She'll leave behind nothing but a trail of corpses. You have your thoughts in your love in your head. Don't worry about that. I'd be a fool if it didn't. I know the stories. Do him to shed my skin. Become a lithid. And there's no coming back. But I haven't sprouted any tentacles. At least not yet. Thank Baldurin. Could just be good luck. But sooner or later. It's bound to run out. Also, wir werden Will jetzt nicht mitnehmen. Wir werden einfach weggehen, weil ich würde gerne wissen, was passiert, wenn man einen Begleiter nicht mitnimmt. Und wir werden ihn eh nicht in unsere Party mit aufnehmen, weil er sowieso nicht zu uns passt. Er ist ja eher so ein heldenhafter Typ. übt und wir werden relativ viele böse Entscheidungen treffen oder schlechte. Mit denen wird er eh nicht einverstanden sein und bestimmt unsere Party früher oder später verlassen. Wäre auch interessant, was dann passiert. Aber vielmehr würde mich noch interessieren, was passiert, wenn ich überhaupt gar nicht erst mitnehme. Also, wenn ich ihn einfach ignoriere. Mal gucken, was da vielleicht eventuell anzustande kommt mit. Wie gesagt, er passiert nicht zu uns. Was es heißt, er wird nicht zu uns. So, jetzt noch ein Rucksack, da hast du noch eine Fackel. Nehmen wir kurz den Rucksack mit. Wo ist der Gesser? So, das machen wir auch alles mit. Oh, das ist gut. ist das right past you as if you're invisible or boring auch kommen hier bist du dann woanders ne auch kommen he's still staring right past you oh no oh no das mit ihm he stares right past you as if you're invisible or boring you see nothing out of the ordinary as you turn back the child slips between the rocks you look the rocks over but find no sign of a way through hmm na gut schabe das ist jetzt kein diebstahl das haben wir mit ist nix drin sehr viel mattes hold out your hand mister let me show you something go on take this ring it's lucky hmm trick ist kunststück you haven't seen anything yet mister go on take the ring and watch your fortune change fingerfertigkeit seien trick kopieren und den ring verschwinden lassen machen wir kriptischer erfolg kriptischer weeping bleeding hells okay maybe you don't need extra luck but since you're already holding the thing call it heads or tails toll 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 na klar hm du verarscht uns auch bestimmt nicht ne ich habe mehr wo das kam von echt schrecklich auch interessiert na klar wir kaufen dir irgend so n krimskrams ab sicher hm zauber wenn dieser ring magisch wäre hätte ich es gespürt er ist nichts als schrott hey nicht so laut du kamst mich okay sie sind nicht glückliche ringe ich versuche nur ich versuche Geld für meine Familie mein Vater ist weg und meine Mutter sie ist so krank ich wünsche ich hätte bessere Dinge zu verkaufen als Trinkets aber das ist alles ich habe hmhm und wie aus? nimm den Ring was verkaufst du denn? danke das bedeutet so viel das bedeutet so was ich habe das bedeutet so etwas was hat denn der kleine Benge hier so was hat denn der kleine benge hier diese Werkzeug das könnten wir gebrauchen das könnten wir gebrauchen noch etwas noch etwas ja und werbemittel Werbemittel, Leitfaden der Ablenkung würde ich gerne lesen. Wir können mir dafür mal hier so einen kleinen Hammer geben, ein bisschen Seil, huch. Die verfrauten Eier kann er auch gleich mit dazu noch haben. So, na komm, dann geht mal her, würde ich brauchen. Du willst mich bestehen, du kleiner Schlingel, was? Motivakien, athletisch, Motivakien, Motivakien, wir schauen erst mal, der liegt doch, der tut doch nur so. Auf sie losgehen, echt hin oder her, sie wollte dich beklauen. So sind wir drauf, um Stärke Minus Eins. Jetzt. Let go of me! Help! Hm. hinterher kann ich gerade nicht nutzen kommen dass man nicht durch oder was dann gehen wir mal zu dem hier oben der ist doch auch involviert in die ganze sache ich wollte nicht klauen sie war ich nicht was wertvolles gut aber wir können ja erst mal wie geht es mir runter sind mein daughter go right now Sie ist ein Thief-Hell-Spawn! Und du wirst auf Korga's Judgment warten. Jetzt komm zurück! Oh! Lass mich durch, Mragrasheber! Ich werde dir den verdammten Throat ausbauen! Was ist denn los? Ein feiner kleiner Wehr. Was ist denn los? Wir müssen Arabella raus! Jetzt! Du hast die Regierungen gehört. Sie warten auf Korga, um zu Wort zu geben. Ich würde schneller durch die neun Hölle gehen, als ich diesen Schnee... Ihr müsst vorsichtig sein, dieser Bär hätte euch in Stücke gerissen. Ich habe gesehen, was passiert ist. Warum haben die Throiden eure Tochter? Neugierig! Arabella tried to steal their idol. Druids lost their damn minds about it. They need it for their precious ritual. Oh, it's all my fault! I told her I wished the wretched thing would just disappear, or better yet, explode! Oh! Now our rebellers are judged by a bunch of Druids, who hate us. That's not right! She was caught? Foolish child! Let them judge her! Ja, 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 was nehmen wir denn? Das nehmen wir auf gar keinen Fall. Ihr habt eine Menge Arbeit für euch. Hm. Ja, ihr habt eine Menge Arbeit für euch. Wir hören uns nichts an. Das geht uns nichts an. Hm. Na gut, dann schauen wir mal hier runter. Oh, der Feini. Komm, Magrin, gib ihm eine Chance. Du, geh zurück. Ohne mich hat er euch inzwischen die Goblins überrannt. Ich gehe, wo ihr nicht will. Hm. Ja, wir nehmen das hier. Komm zurück. Forst meine Hand und ich zeige euch, dass sie Klaue. Einen Moment, Giona. Was? Oh. Ich verstehe. Du? Wahrscheinlich will Korga dich sehen. Geh jetzt. Ach, jetzt wird sich doch passieren. Na gut. Sie ist nicht unser Kind für nichts. Gekritzelt in Notiz. Haltet euch von Tufelt fern. Sie ist schon faul genug. Hm. Hm. Du da, hallo! Was schon los? Nun von mir ausfragt. Glorien. Nun dann. Wie würdest du diesen besonderen Batch von Goblins beschreiben? Siehe, Natur, Qualitäten, Siehe, Qualitäten. Du recherchst in deinem Mind, erfolgreich zu erinnern, verschiedene Details des Goblins. Geheimnis. Mein, ein Schäfer nach meinem eigenen Herz. Spend viel Zeit zwischen Goblinien. Ein Schäfer nach. Ein Schäfer nach. Es gibt noch ein bisschen mehr zu ihnen, als es die meisten von ihnen gibt. Ich selbst, habe mich zu erinnern, die die Welt größte, von ihren Fähigkeiten, ein Blü-Ocean, von Informationen. Jetzt, ich habe ein paar weitere Fragen, wenn Sie Sie nicht interessieren. Und die Drogen, die im Hintergrund, war es von Brass- oder Silber-Variety. Es war ein Drache. Ein Drache, da war kein Drache. Die Wettbewerke haben verloren, zu erkennen, obviösen Drogen. Obviös? Da war überhaupt gar nichts obviös. Da war kein Drache. dann sind Sie ziemlich frei. Waren die Attacker zu den Absoluten, wenn sie auf die Garten fallen? nicht. Ob sie sehr aufs Überleben konzentriert. Weil, war ja easy für uns. Ja, sie riefen den Namen, wie ein Kriegsschrei. Sie haben das gemacht, Oh, kurios. Kurios, wirklich. Ich habe einen interrogiert. Ein Kampter in diesem Camp. Sie sagt, sie haben ihren Gott, Maglavia, in favor of jemanden den Absoluten. Der Skandal. Aber glaube, der Goblins Plagament und Tinte nicht wert, behüten unsere Zunge. Keine Meinung nach. Ich bin auf meinem Weg zu ihrem Kampus, als wir sprechen. Ich wusste immer, meine Studie in Guglia für Kampus. Die werden den rumbringen. Wartet, warum habt ihr vorhin einen Drachen erwähnt? Das interessiert uns. Mein Freund, jede Geschichte von einem Drachen. Bis wir ihn treffen. Ah, mein kräftiger Freund. Was kannst du dir über dieses Haus erzählen? die die machen ja dieses Ritual, ne. Idolen. Und ich denke, das war alles ein. Dann sind wir hier bestimmt ganz beliebt oben in der Regalenten. Dann sind wir hier bestimmt äußerst beliebt. Das ist bestimmt einiges wert. So pärchen. Alles Githyanki hat eine Sorge von H6 und klaimt ihre erste Kugel von H10 Yeti's Tieflinge klaimt kaum einen einzigen Krieger von ihnen Es ist ein Wunder, dass sie sogar so lange überlebt haben Ihre Züge sind ungewöhnlich Die Junkie sind hier nicht gerade häufig Ich habe von den Junkie gehört, aber noch nie welche getroffenen Natürlich haben Sie nicht Hallo Das feuern wir zurück Eure aufwärts gebogene Federmausnase ist auch nicht hübscher Besser ist eine Opinion aber meine ist sicherlich mehr ökonomisch diszipliniert, dignisiert Okay Ihr seid sicher, dass eine Krippe der einzige Weg zur Heilung ist? Entweder Ich war so verabschiedet zu meinen Studien, wie ich zu meinen Trainings Each Kresh hat ein safestes Purifikation-Divis So habe ich gelernt aus den Schriftungen in der Kaleer-Library Die Bibliothek war ein Geschenk von Vlakev selbst dass wir totales Verständnis bekommen können Und die bringt euch einfach nur wenn ihr infiziert seid Willkommenes Verstehen So ein Unfug Bücher sind so fehlbar wie die, die sich schreiben, wohl wahr Ok, wenn sie meint, ist dir viel über Gedankenschinder Naja, das hast du schon erzählt Ja, in großem Detail, es beginnt mit einem Fieber und Erinnerungsverlust, dann beginnt du zu hallucionieren, dein Haar fällt aus und blieb aus jedem Orifiz Das klingt nicht sehr angenehm auf jeden Fall Das wird nicht geschehen, wir werden dann Heilmöglichkeit finden Na selbstverständlich Wieso besorgt es euch, dass wir uns nicht verändert haben, das ist doch gut Ja, wenn du es nicht mehr gedacht hast, aber Anomalyse führen zu Überraschungen, aber zu Überraschungen Außerdem, was nicht passiert, kann es noch nicht passieren Hm, sind wir vielleicht irgendwie, irgendwas besonderes, müsste vielleicht in den Gedanken Schinderlarven gewesen sein, oder wir sind irgendwie besonders, dass es uns noch nicht beeinträchtigt hat Wir gehen Erzählt mir etwas von euch Und was zu erzählen? Ich bin ein Magistrat zurück in der Stadt, das ist ziemlich teils Na gut, dann nicht Nun beenden wir die kleine Quasselrunde Oh, da ist Vögelchen Haben wir eigentlich irgendwas? Ok, jetzt wird es dieses Verzeigte, ok Haben wir nicht irgendwas, mit dem wir mit Tieren sprechen können Aber dann mal visitieren das mal um Da sind doch auch Blödsinn drin oder nicht Ich kann mich fragen, wo sind die Briefe drin? Ah, Gottes Willen So blöd, dass man die nicht Äh, nicht beschriften kann Das wäre echt praktisch Dann muss ich es mir wohl merken Lager senden Ähm Genau Jetzt haben wir hier noch ein Ding Ein bisschen aufbütteln Was ist hier drin? Ja, nein Da rein Ähm, wem gebe ich denn jetzt nochmal hier so einen kleinen Rucksack? Ich glaube, sie könnte eingebrauchen Wenn ich mal solche Sachen rein machen Und Rekrutierungsplakat machen wir hier in unser Kammesorium Das kann er haben Das kann er haben Genau, wenn es nämlich auch noch die Schlösser da knacken Und hier rein Ein Rucksack über Ein Rucksack über Äh Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Wie ist das? Wie ist das? Wie ist das? Wie hat das? Wie hat das? ich... vergib mir... es ist nicht du, das ich schaffe, es ist meine Freunde Morl folgt Corga jeden Tag. Sie sind Angst und sie gibt eine einfache Lösung. Ejecte die Flüchtlinge und wir werden sicher sein sie hat mir noch immer nicht gesagt, was sie mit diesem Vogel macht. hmmm... hat sie nicht recht. Schützt dann das Ratoral den Hai nicht? Die helft den anderen nicht bei den Vorbereitungen. Das Ritual ist Corgas' Entscheidung. Aber sie ist nicht unsere Lieder. Master Halsen herkommt die Flüchtlinge. Ich warte auf ihn, um das zu lösen. Okay. Neul, gut. So, kleines Schweinchen. Wir müssen hier rein. Dann schauen wir doch mal. Hier ist bestimmt diese... Kaga, Koga drin oder was? Da fällt der Wildnis. Hast du deine Szenen verloren, Corga? Entschuldige sie! Sie ist... Achtung! Die Flüchtlinge! Die Flüchtlinge! Die Flüchtlinge! Die Flüchtlinge! Die Flüchtlinge! Sieht, dass sie in ihre Landschaft verletzen. Die Flüchtlinge! Die Flüchtlinge! Die Flüchtlinge! Sieht aus, als ob sie viertelär waren. das ist die kleine die uns ausgeraubt doch eigentlich einsperren nichts tun geht uns nichts an aber wir sagen einfach eine der wachen meinte ihr wolltet mich sehen hier bin ich we will speak soon enough first judgment must be passed the parasite eats our food drinks our water then steals our most holy idol in thanks wrath lock her up she remains here until the right is complete and keep still devil teela is restless come koga we took back the idol surely do it schätzen so eben nicht haben wir nie das mädchen einzuspielen statt das gleichgewicht wir wir mischen uns dann nicht ein das bild doch nicht die schlange geht aber ran woher sterbt ihr jetzt ernsthaft das gibt stress sie juckt es einfach nicht hat einfach ein kind umgebracht du bist egal der fremde hallo was ist mit dieser koga die alte oaks grove wildlings war die mural shows true it's claiming the grove in the name of the old oak sylvanas god of nature warte mal reden erst mal Das ist die alte, auch da stehen sie, wenn er ist, man wird jetzt brav. Sie haben Angst vor uns, Sylvanas. Mercie, Mercie, Mercie. Die Stange muss dafür bezahlen. Ein schrecklicher Unfall. Ich würde sagen, die Schlange muss dafür bezahlen. Die hat sie gemacht. Oder ein Kind ist tot, ihr verdient keine Gnade. Die Schlange muss dafür bezahlen. Bei jedem Star, bei jedem Wagen, auf jedem Leuch. Sie muss. Das hat nur passiert, weil unser wahrer Lied von uns genommen wurde. Wie hat Karin den ganzen Hain übernommen? Sie ist der erste Druid in Halsins Absinthe. Mit ihm getroffen oder tot von Goblins. Niemand kann Gnade sein. Aber mehr wird sterben, wenn ihr Ritual ist. Ich wüsste, dass die Exile von der Recht übernommen werden lange außerhalb. Wir könnten nach Halsins suchen, vielleicht kriegen wir eine Belohnung. Wenn niemand Halsins sucht, könnte ich es tun. Aus dem stabilisiert er den Hain und vielleicht haben wir dadurch einen Vorteil. Der alte ist ja völlig geisteskrank. Würde ich? Ich würde alles geben, um Halsins zu retten zu sehen. Ah, da kommen wir schon zum Punkt. Ich hätte gern etwas Konkretes. Okay, das ist alles. Unsere Neue ist großartig. Ich werde die Schäden dieser Hain zu dir öffnen. Selbst wenn der Zirkel verbindet. Halsins ist ein Elf mit der Presence einer Bär. Er hat den Westen mit den Erinnerungen verlassen. Du hast nicht den ersten Druid für niemanden. Von den neuen Rekruten nach Norden geschickt. Das Dorf dort hatte schon eine zweite Ernteausfall in Folge und wird den Winter aber nicht überleben. Eine Gruppe aus Baldors Tor hat ihr Lager am Waldrand aufgeschlagen. Zwei Bären und ein Fuchs kamen vorbei. Ihr Rewir wurde niedergebrannt. Die Hälfte der Jungen des Fuchses sind gestorben. Ich starte der Gruppe morgen einen Besuch ab. Der Besuch verlief nicht gut. Sie beleidigten mich aufs Unpfleitigste und sagten, sie würden den halben Wald drohen und alle Tiere ausräuchern. Die nicht von allein fliehen. Sie sagten, sie würden das Land bestellen und eine eigene Stadt gründen. Ich muss wohl kreativ werden. Der Erdrütter hat gewirkt. Die Hälfte ihrer Ausrüstung wurde verschüttet. Die andere zerstört. Die kommt nicht so weit wieder. Okay. Im Dorf südlich von hier wurde offenbar ein roter Magier gesehen. Ich schicke drei Waldläufer, um dem nachzugeben. Wenn sie eine roten Umwand gesehen, kontaktiere ich das aus Silvanus. Okay. So, dann reden wir mal mit der Verrückten. Geh auf. Sag es. Du denkst, ich bin ein Monster? Sie hat ihre Wahl gemacht. Ich weiß, dass du dein Kind bist. Du siehst nur die Verrückten und die Verrückten. Ein Viper bietet ihre Fange, schützend ihre Brücke. Ich nenne sie Mutter, du nennst sie Monster. Beteiligen? Sie hat auch noch gar nichts verteiligen. Ich habe das Idol von Silvanus zurückgebracht. Und die Verrückte ist gesündigt. Wir werden die Verrückte verbreiten. Die große Weine wird zurückgebreiten. Die Verrückte wird in Bramble und Thorn geflogen. Niemand erinnert, niemand erinnert. Sanctuary. Niemand kann passieren, wenn die Verrückten uns infecten. Silvanus fragt, dass wir sie rauskriegen. Und ich werde sie rauskriegen. Wenn er nicht bleibt, wenn er bleibt. Du hast eine große Mettel gezeigt, die Mettel an den Garten. Die Mettel von einem Skilled-Sword für Hire. Ich möchte Sie, die Ihre Service zu Zerflor geben. Offer zu guide die Outlander aus der Grohse. Ich bin sicher, dass sie gut rewardieren. Sie sind zu sein, bevor der letzte Redaktion. Wenn sie nicht sind, der Viper muss strike. Quatsch, soviel ihr wollt, die Flüchtlinge sind nicht meine Sorge. Wir reden erstmal mit Cephlor, wir lassen sie ihm glauben, wir wollen ja diesen Halsin finden, der kann sie dann vielleicht ersetzen. Ich bin nicht voll. Die Strecke, für immer schraubt. warte mal kurz auf die karte schauen hier ist die heilerin okay das Problemlager ich sehe dich, gib mir nur einen Moment hm wir warten das könnte die karte da, es geht zu ihr jetzt, Leben oder Tod jetzt, was war das du brauchst ich suche Nettie du hast sie gefunden, aber ich weiß noch nicht was sie für dich kann ob ihr gehört, dass Heisen hier der beste Heiler ist, ich muss zu ihm sagst du so einfach wisst ihr was über Gedankenschinder warum hast du gefragt ich weiß sie sind ich glaube die kann uns eh nicht helfen wenn wir den Heisen finden kann der uns vielleicht helfen aber dafür brauchen wir sie nicht oder sie rettet uns und wir fragen sie nicht weiter ja natürlich nicht so 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 Sie haben uns für die Kindesmacht. Das ist ein Schade. äh, hey, du hattest einen Trader oder? äh, hallo? Deine Partnerin ist eine Diebin. Ja, ich weiß, ich stand gerade hier, sie zu robben. Du kannst es wieder gut machen, gib mir einen Anteil von deiner Beute. Okay, ich bin nicht so gut an counten, aber ich denke, jeder Prozent von Zero ist Zero. Schau, du hast ihn. Gut für dich. Du willst einen Chump, wie alle anderen hier. Jetzt, mach mir bitte, mach Platz für die Chumpen. Diese Trader werden uns getötet. Nichts schrecklich über diese Leute. Wenn sie tot ist. Dann bist du im Zäft, glaub ich, oder? So, der ist ja hier irgendwo, ne? Ja, genau. Die ganzen Leute müssen Warnacht quatschen hier. Dann wollen wir kurz mal hier rein. So. Hier könnte man überall so viel mitnehmen. Ich muss gleich mal gucken, ob man die klauen kann, ohne dass die das mitkriegen. Dann weiß ich schon. Dann weiß ich schon. Mhm. Ich bin klar, ob das. Aber auf unseren Worten. Mhm. Sicher nicht. Ich bin hier, um euch rauszuschmeißen. Viel Glück dabei. Ihr müsst euch wehren. Könnt ihr das Ritual verzögern. Ja, wir wollen ja diesen Truinen finden, ne? Könnt ihr das Ritual verzögern. Ja. Warum werdet ihr das jetzt nicht los? Ja. Warum werdet ihr das jetzt nicht los? Hm. Ja. Was ist euch das wert? Eine berechtigte Frage. Eine berechtigte Frage. Um Corga Pay zu sehen. Alles. Du kriegst deine Kino. Nur so schnell wie ich weiß, dass sie weg ist. Ich denke mal, wir können die richtig abkassieren, oder? Wir holen diesen Droiden dran. Wir töten diese wahnsinnig gewordene. Natürlich. Ich denke, das klingt ja ein Plan. Die Frage ist nur, wie bringen wir die um? Die ist bestimmt nicht ohne. Ich kann nicht erwarten, um zurück zu der Garten. Alter, sie klaut hier schon wieder. Du bist nicht zu früh! Zu früh! Schauen Sie an dich ist schmerzvoll genug. Schauen Sie an dich ist schmerzvoll genug. What the fuck? Was ist los mit dir? Hm. Hm. Schwerzvoll genug. Ich schweige nicht zu sehen. Ein Schüchtern. Mach lieber was er sagt, Junge. Es ist heute schon einer, die mir gestorben. Vielleicht nützlich, wenn wir ihm helfen. Achso, hätten wir gar nicht gebaut. Hätten wir aber so geschafft, oder? Nein. Okay. Ich habe das dumme Amulett. Geh es! Überraschung. Raus damit. Warum hast du es gestohlen? Um eine Mädchen zu empfehlen. Es sieht, wie meine Mutter ist. Okay? Geh das verdammte Ding und lass mich allein. Bleib es, Junge. Du brauchst es mehr als ich. Oh. Der hat ihn doch verarscht. Der hat ihn doch richtig abgezogen. Oh. Der hat ihn doch verarscht. Der hat ihn doch richtig abgezogen. Der rennt auch hier runter, ne? Die rennen alle durch dieses kleine Loch. Oh. Oh. Oh, du brauchst dich aber leider nicht durch, Basel. Wo bin ich jetzt hin? Hier bin ich. Okay. So. Wer ist er eigentlich? Er ist... Läuft er sich grad einen rein? Wir sprechen nochmal mit ihm. Wir haben ihm geholfen. Ja, genug. Hey. Danke, für mich zwischen mir und dem Kind. Und? Meine Mutter hat mir das Amulet gegeben. Aber ich denke, sie wäre glücklich, den Kind zu wissen. Ja. Ich weiß, dass sie würde. Okay. Wie lange, bis Roman zu zeigen, was du hier dazu hast? Wenn es nicht der gefährlichsten Goblin-Slayer ist, hast du sicher, dass du mit mir mit mir gesehen hast? Ich bin nicht genau mit diesem Mann. Mhm. Ich habe euch nur für eure Truppe eingesetzt. Das respektiere ich. Halte meine Crew ist voll voll. Jetzt werde ich hier den Blumen für die Goblins nehmen. Und verletzen den blöden Druiden. Wo sind die Goblins hergekommen? Wer ist denn dieser Druide? Alcin. Er ist ein Leiter an diesen Teilen. Oder war. Wir haben ein Kontrakt. Um etwas Relic zu vertreten. Und er wollte ihn an den Job. Ah, er ist auf, wenn er über das gehört hat. Aber es funktioniert nicht. Die Goblins sind weg, wenn wir in den Zählen sind. Er ist da, wie die Lattrinnen zu entdecken sind. Kann ich diesen Auftrag einmal sehen? Hm. Der Job ist dein Job. Wenn du einen Todeswirk hast. Und er hat seinen eigenen Todeswirk. Die Goblins haben sich in den frühen alten Kumpel gemacht. Alles ich habe bekommen, ist das Kontrakt. Er wird euch zeigen, wo wir zurückkehren. Wenn du fühlst, wie zu sterben. Danke. He. Ich bedanke mich nicht. Ich werde gut auf meinem Weg nach Balders Gate, wenn du sterben. in den einen heimtürkischen Stempel eindringen und sagen, dass er umwogen ist. Es hat einfach Nachtlied zur Verwahrung nach Balders Tor zurückholen. Okay. Nur die kühnsten und scharsten, die mögen sich melden. Ruhmehre, große Reichtümer. Alles klar. Genau das, was wir wollen. Achtung, wenn Roland sich seine Töne entwickelt hat hier. Eine rex. Ich denke schon. Sie werden ich nicht bekommen, die in der Balders Gate. Tiere ? Ein kleines ferniges Kast. Und ein Haus mit einer kleinen Tür. Damit es kommen und gehen kann, wie es sich abweicht. Und eine hohe Kanzel, um zu schützen und drücken zu werden. Ich blau'sche euch nicht, hallo. Zwei tieflinge Flüchtlinge. Ihr habt Glück, wenn ihr irgendwo auf dem Boden schlafen dürft. Nein, nein. Wie gesagt, wir sind ja nicht kultlos böse. Wir sind halt nur böse, wenn es unser Vorteil ist. Achtet mich nicht, ich bin nur auf der Durchweisung. Nein, Bord. Wir sind nur Tagdreeming, irgendwie. Was ist mit dir? Großes Planen, wenn du in die Stadt kommst? Ich gehe in die errötende Nix, klingt wie ein Puff. Bisschen derbter, aber das Bier ist blick. Danke. So. Ich würde sagen... Ach so, wir können natürlich noch kurz mal mit den ganzen Leuten hier quatschen. Da machen wir mit dem und dann noch mitten rechts. Die Schmiede fährt hier gleich oseinander. Seid ihr ein Schmied? Ich bin ein Schmieds- und Butter-Tinsmith gewesen, bevor Elterell in die Avernus fiel. Diese Tage sind meine Talente mehr... ...eklektisch. Ich habe viel gelernt in meinem Zeitpunkt in der Höhe. Ich hoffe, ich habe das die meisten vergessen. Aber... ... zwischen dir und mir... ... gibt es nichts in all den Regeln, wie der totalen Kraft der infernale Maschinerie. Ach so, meine Offenbarungen sind viel mehr übel in diesen Tagen. Okay, okay. Hat er gerade irgendwas von... ...hatt er gerade irgendwas von höllischer Dings erzählt? Haben wir nicht diese Steine, die irgendwie... Ach, kann man hier nicht öffnen, okay. Irgendwas Interessantes. Reichter Armbrust. Hier bis 11 Schaden. Was? Ach so, ich will das gar nicht verkaufen. Was hat er denn jetzt auch hier so einen kleinen Bogen? Der macht 3 bis 8. Das macht 5 bis 12. Das wäre schon mal wesentlich mehr. Vielleicht nicht schlecht. Wie viel kostet das? Das nur 80. Das macht so viel mehr Schaden. Also, das heißt so viel, aber... Hm... Was kann denn das? Durchporender Schuss... Fluffende Wunden. Okay. Und der macht ja nur dieses, dass er nicht so weit laufen kann. Der ist eigentlich eigentlich besser, würde ich sagen. Ich meine für 80 Tacken. Hier. Hier. Den verkaufen wir direkt. Ich denke, das ist alles. Okay. Das weit brauchst du nicht. Nee, das mal lieber. Gut, dann sprechen wir nochmal hier mit den... ...herren und damen. Ach so, das sind die drei von... Ach so, das sind die drei von... ...den vorhin. Okay. Okta. Geht. du, hast du dich kämpft in den schlussigen Basterden fernst du einen Ball? bestens, du hast jetzt den Kopf geschenkt, während wir noch nicht können das ganze Dorf uns scheinbar zugesehen hat wie wir da gekämpft haben hätte uns ja auch mal irgendwer helfen können ähm, eine Schüssel nehmen schau, es ist nicht viel, aber es könnte all die Unterschiede machen das einzige, was wir machen, die Boulders Gate, ist zu rennen und zu rennen hart wenn ein Knoll deinen Sinn fängt, dann brauchst du jedes bisschen Kraft vertraut mir hm hm, das schmeckt nicht so schlecht nicht, ich habe es nicht, wir sind entspannen ah, wenn es nicht die Runde des Camps ist danke Gott, du kamst, wenn du... oh deine Züge sind nicht knapp genug genug, Petal oder ihr hört kein nein nein das ist ja super, schenk mir mal ein paar äh so, komm, gib mal was her äh, was ist das genau? oh, das wird mir nicht helfen du siehst einfach, wie du siehst, wie du ein Pick-me-up ich bin, um es zu gehen, um es zu gehen um es zu gehen, aber bist du alles gut? Mir ging es schon besser, später zu erklären. Vielleicht weiß sie ja irgendwas. Er sieht gut als Neu. Mein Punkt ist, dass was dir lebt, ich versuche, dass ich noch schlimmer habe. Was nicht an dieser Stelle kommt. Nicht sagen sie nichts. Was ist, Peckle? Was ist falsch? Ach, komponente. Mhm. Ich kann etwas zu Hause haben. Oh, was meinst du, Peckle? Ich hafte einen Hauch Wildnis an. Ihr habt auch Magie, aber sie fühlt sich ungewöhnlich an. Nicht überhaupt. Ich würde nicht die Patience für all diesen magischen Drama haben. Ich bin eine einfache Frau, liebte. Tee und Potionen sind so spannend, wie es für diese alten Beine gibt. Lügt doch, oder? Aber nicht nattern, ich werde bald nach Hause gehen. Hier, lass mich das auf deinem Mann. Sei vorsichtig auf der Straße. Ich liebe es, wenn etwas zu dir passiert. Geh vor, Peckle. Wir schauen noch mal ganz kurz da runter. Gucken noch mal hier lang. Und danach werden wir, denke ich mal, die Folge beenden. Schon wieder ungefähr eine Stunde. Mal ganz kurz schauen, was hier ist. Hier gehts ja wahrscheinlich nicht allzu sehr weiter, oder? Hier gehts auch noch irgendwo hoch. Oh, das sind Eichhörnchen. So, dann schauen wir da wo. Was ist sie denn? Oh, da sind Eichhörnchen. Oh, das ist sie. Oh, das ist sie denn! Oh, das ist sie. Oh, das ist sie denn. Oh. Was singt ihr davon ein Lied? Auch Sheila auch lieber gegen eine Waffe, ihr werdet sie bald berauchen Das Instrument zerschmettern Ok Wobei sollen wir ihr denn helfen bei dem Lied? Das Lied ist wichtiger als zu überleben und wie ihr wollt Ich glaube eher die Ich frage mal nach Gib mir die Laute, wir können zusammen spielen Als der Rollen nach rum geht es Die Teacher, Lihala Das ist perfekt Perfekt schrecklich, die schlimmsten Verse die ich je gehört habe Was würde Joraleon sagen, wenn sie jetzt hier wäre Auf runter nicken und zur Laute deuten Ja 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 Jetzt Ja 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 Amen. For the love I can't remain The rest and all that I will pray Parallel my dear old friend Dance upon the stars tonight Smile and play the wheel Made away Yay! Sorry Sorry Thanks That's the first time I've played since Slihalla died My teacher She was playing her loot We didn't hear the nose coming There was so much blood I can still smell it Also sterb you Now you have a good tribute for the sun Sondern solche traurgeschichte Sonst sterb ihr Nun ihr habt einen guten Tribut Lihalla said that's why Eulogies were important They were for the living as well as the dead I'd forgotten what it was like That itch to perfect a song The weeping dawn will be my gift to Lihalla A long way to go But thank you I needed this Oh Oh Also Das hier Okay Das Buch ist umfangreich Jedoch eindeutig unverändert Das fällt verschiedene Musikstile Notation Aus ganz verruhen auf Okay Oh Das ist wahrscheinlich das Lied Ja Begoldete Truhe Ähm Ja Astarion Wir brauchen ihre Hilfe Jetzt hast du aber Hilfe Wenn tausend Polos fliegt Kappe der Heilung Gesänftige Lieder Wenn du einen verbündeten in badische Inspiration inspirierst Das klingt nicht wahrscheinlich viel Weil wir keinen Baden haben Aber Okay Die gute Frau singt so laut So Oh die Eichhörnchen Ja In diesem Sinne Verabschieden wir uns mit diesem wundervollen Lied In die nächste Folge Vielen Dank fürs Zusehen Und bis dahin Ciao Und bis dahin